Ich stehe hier in Äsch, Basel-Land, weil heute Morgen hinter mir bei der Kantonalbank ca. um 4.00 Uhr Bankomaten gestrengt worden sind. Über die Täterschaft weiss man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts. Die Ermittlungen laufen auf Hochdouren. Untertitelung des ZDF, 2020 Der ZDF, 2020 Ich würde noch einen Gottesangeln lügen. Untertitelung des ZDF, 2020